Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Ich Spiele News. Namco Bandai hat uns mitgeteilt, dass das Japano-Rollenspiel Tales of Graces F nun auch im PlayStation Network für die PS3 herunterzuladen ist. Und zwar hat das Spiel bereits einige Jahre auf dem Buckel, denn ursprünglich wurde es 2009 im Dezember in Japan für die Wii veröffentlicht. Erst ein Jahr später, Anfang Dezember, wurde es ebenfalls in Japan für die PS3 veröffentlicht und erst im letzten Jahr ist das Spiel dann auch nach Nordamerika und Europa gekommen. Es wird im PlayStation Store angeboten in der Standardversion für 44,99€ und in der Night Edition für 59,99€. Diese Edition, diese spezielle Ausgabe beinhaltet dann auch insgesamt 10 Download-Inhalte, die für das Spiel erschienen sind. Tatsächlich aber ist es so, wenn man das Game im normalen Zustand für den Straßenpreis kauft, derzeit kostet es 36,90€ bei Amazon, zumindest die Standard-Edition, entsprechend ist man ja gute 8€ günstiger. Und da muss man sich dann fragen, okay, lade ich mir das Spiel herunter und lohnt sich das für mich? Euer Feedback interessiert uns natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.